Tohlasana, die Waage, gehört zu den Zweihandstellungen, zu den Gleichgewichtsübungen und auch zu den Lotus-Variationen. Ausgangsposition ist Padmasana, der Lotus, mindestens in der Grundstellung von Tohlasana. Dann gibt die Hände neben den Oberschenkeln auf den Boden, entweder die Handflächen, die Fingerspitzen, die flachen Finger oder auch Fäuste. Und dann hebe das Becken hoch. Und das ist dann Tohlasana, also wie in einer Waage hängt der ganze Körper. Eine weitere Variation von Tohlasana ist aus der kreuzbeinigen Stellung Sukhasana, also aus dem Schneidersitz heraus. Den Schneidersitz. Und dann die Hände auf den Boden und hebe jetzt das Becken hoch. Und dann die Füße hoch, das ist sogar anstrengender als Padmasana, also der Lotus, die Lotus-Wage. Hiermit stärkst du ganz besonders stark die tiefen Bauchmuskeln, Rectus, Abdomini und tiefere. Auch die Grundstellung aus dem Lotus stärkt die Bauchmuskeln. Beide stärken die Unterarmmuskeln und die Arme und auch die Latissimi, die daran beteiligt sind, dass du dich aufrichten kannst. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.